Uuuuuh! Kollege, nach dem Spiel will ich den Trikot wohnen. Weiter, aufgehen! Aufgehen! Leute! Hey! Weiter! Hey! Warte, Mann! Warte, Mann! So, der, der ausgewechselt wurde, von der Idee. Ja, gut, mein Gott! Hallo, liebe Schallner Freunde und herzlich willkommen zu MDS TV. Heute geht es zum zweiten Mal nach Bielefeld. Ich treffe mich gleich mit Ilyas und in Bielefeld wird uns Ur abholen. Na, alles klar? Ja, und bei dir? Ilyas, jetzt geht es los, oder? Auf jeden Fall! Auf nach Bielefeld! Ist heute dein erstes Mal in Bielefeld? Ja, ich freue mich schon! Was erwartest du? Ich erwarte keine Stimmung und ein Sieg! Ein Sieg! Ungefähr zehn Minuten wird unser Zug kommen und wir fahren diesmal direkt nach Bielefeld ohne umzusteigen und dort wird uns dann Ur abholen. So, wir sind jetzt am Hauptbahnhof Bielefeld angekommen und machen uns jetzt auf den Weg und suchen Ur. Ich stehe jetzt hier vor dem Haupteingang vom Bielefeld Hauptbahnhof. Ja, jetzt muss es hier nur noch Ur kommen und dann geht es erstmal was zu essen. Wahrscheinlich Döner. Große Bielefelder Ultra ist da. Selah, wie geht es dir? Ja, Ur. Ja, ich grüße euch meiner. Jetzt sind wir erstmal eingestiegen. Ur ist Bielefeld Fan und Galatasaray Fan und das passt super. Ich bin Hannover Fan und Gala Fan. Mal schauen, wo uns Ur entführen wird. Jetzt essen wir jetzt noch was Leckeres, trinken was, bereiten uns für das Spiel vor. Ein bisschen vorglühen. Auf jeden Fall. Heute sage ich mal Bielefeld. Ich schaue mir zu, wie Bielefeld den Pokal holt und morgen wie Gala den Pokal holt. Hoffentlich, das wäre das perfekte Wochenende. Auf jeden Fall. Wirklich, aber ich habe selten so viel Glück in meinem Leben. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich kriege nur einen Pokal dieses Wochenende. So, alles dabei? Können wir jetzt aussteigen? Nasenspray ist offen. Ich bin nicht zweit zu sehen. Ich bin nicht zweit zu sehen. Aber die Jungs, die Konjunktur von Gala Channel, weiß schon Bescheid. Nasenspray süchtig. Er kommt nicht raus. Ich kenne sich ja auch, ich komme. Ich bin eh raus. Ich muss raus. Und Le Soleil ist auch wieder am Start. So, schauen wir uns mal hier. Alles hier vollgestickert in der Stadt von Ur. Auf meiner Stelle. So, jetzt haben wir die Wahl. Zwischen den und Ocak-Basche da hinten. Sieht schon recht stabil aus. Ja, das ist maximal die Tälte, ne? Oder nimm von unten. Ja, geht doch. Ist doch in Ordnung. Was ist das denn? Nimmst kalte Händchen, ne? Weinst du? Genau. Ja, genau. Mach mal so. Er hat einfach Zitrone reingemacht. Zitrone reingemacht? Voll geht es. Okay, Ur, wir sind jetzt richtig gespannt, wie die Dönerze schmecken werden. So, Messlatte ist hoch, ich sag's dir. Ehrlich? Ja. Bin immer gespannt, was du sagst. Die erste Schwierigkeit ist überhaupt erstmal den Döner zu reiten. Das stimmt. Ja. Erstmal ausessen. Wir geben ihm mal kurz die Zeit. Tauben kannst du auch mal zeigen? Biele für der Tauben. Très bien, très bien. Saalam dönen. Ja. Jas, was sagst du zum Döner? Ich finde den Döner richtig lecker. Ist lecker? Oh, das ist immer noch dabei. Gemür. Ich brenne übel. Er hat mich aufeinander genommen. Und ich bin auch noch dabei. Also, ich merke langsam, dass ich immer älter werde. Ich schaffe nicht mehr, meine Pommes aufzuessen. Aber Ur, was ist mit dir los? Boah, ich verspott mich, aber das ist zu viel Mario. Sonst hätte ich das auch weggeatmet. Jas, du bist noch jung. Ich brauche immer lange beim Essen. Und wie Frederik immer sagt, Essen ist wichtig und richtig. So, jetzt haben wir vernünftig gegessen. Und jetzt können wir uns auch den Weg machen auf die Alm. Total cool. Vor uns hier drei Hannoveraner. So, wir sind hier jetzt beim Siegfriedplatz. Hier treffen sich alle Fans und danach geht es gemeinsam zum Stadion. Ja, also, hier gibt es auch einen kleinen Flohmarkt. Möglichkeiten zu essen. Trinken. Trinken auch. Sehr wichtig bei diesen Temperaturen. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr belebt hier. Übrigens, dort hinten sieht man schon Teile vom Stadion. Ja. Hast du das? Wir suchen jetzt den richtigen Eingang. Ja. Wen sollte ich grüßen? Ganz schnell. Kimberley. Kimberley. Franzi. Und Franzi, ich grüße euch. Schöne Grüße aus Bielefeld. Ur grüßt euch auch. Und Ilias natürlich auch. Und wir suchen immer noch den Eingang. Was für ein Weg. Jetzt gehen wir erstmal hier durch den Wald. So, da werden wir jetzt gleich reingehen. Pyrus, sicher versteckt? Ja, hier. Und du? Ich muss meine noch suchen. Hast du dich die ganze Zeit nicht gefragt, warum ich so komisch gehe? Den Grund siehst du gleich. Wir sind drinnen. Schaut euch mal dieses geile Graffiti an hier. So, alle die jetzt zuschauen, schreibt mal in den Kommentaren, ob diese Uhr eine Bedeutung hat. Respekt fängt beim Zuhören an. Die ganz wichtige Botschaft, ne? Genau. Auf jeden Fall. Wir suchen jetzt den Fanshop. Ur möchte mal Fanshop rein. Und Ilias möchte sich auch einen Arminiaschall holen. Ja, Wetter ist immer noch top. Alles optimal für ein geiles Pokalfinale. Hier sieht man nochmal die ganzen Partnerstädte von Bielefeld. So im Schnelldurchlauf. Hier weiteres tolles Graffiti hier. Okay. So, jetzt sind wir hier beim Bielefelder Fanshop. Stabil. Rot. Meinst du, nach dem Spiel kriege ich noch ein Trikot? Könnte sein, ne? Ja. Aber hier das, hier das immer das Rote. Wollte ich wenn ihr ein Blau bist, wahrscheinlich ein Blaues kriegen. Wahrscheinlich Blaues, ne? Ja. Ich muss auch sagen, das Blaue sieht auch viel besser aus. Was gibt's hier? Ist auch ein richtig geiles T-Shirt, Alter. Ist die Kooperation von allen Sponsoren Crispy Kebab. Crispy Kebab. Genau. Ist ein Laden, ist ein Mutter-Dinner-Laden in Bielefeld. Das haben sie zusammen dann rausgefahren. Sieht richtig gut aus, ja. Und bei mir das Problem ist, diese Fischerhüte, die passt nicht auf meinen Kopf. Ich versuch's mal. Passt nicht. Nein, passt nicht. Mein Kopf ist zum Wusterfass. Was hast du denn? Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Hast du was gefunden? Ja, das ist Eisenogen. Genau, das ist nice. Das ist Eisenogen. Genau, richtig. Ja. Gute Entscheidung. Das nächste? Direkt Arminia supportet. Yes. Kennst du den hier? Den sag dir nichts. Von Hannover Mensch. Ur. Ja. Nach dem Spiel, ich will hier diese Nummer 14 haben. Alles klar. Alles klar. Erklärst du. Jetzt sind wir raus auf Fershop. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unseren Plätzen. Schaut euch diese Aussicht an hier. Und wir werden dann irgendwo in diesem Bereich sitzen. Ja. So, vorhin habe ich großen Mist erzählt. Wir sitzen nicht dort. Wir müssen gegenüber hin. So mal da hin. Hast du mir gezeigt? Hast du gesehen, was da ist? Der Pokal, ne? Moment. Das ist der Hombacher Westfalenpokal. Der Henkelpott. Der Henkelpott, das Bielefeld. Nach 90 oder vielleicht nach 120 Minuten oder nach dem Elfmeterschießen gewinnen könnte. Wir sind falsch reingegangen. Und jetzt gehen wir jetzt noch einmal rum. Wir sind ja eigentlich nicht. Wir hatten ja gedacht, dass wir im Stadion drin am Spielfeldrand zum Kapitzen kamen. Aber das ging nicht. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie überhaupt reingelassen waren nach der Kontrolle. Ohne Sinn. Aber jetzt gehen wir noch einmal rum. Hier ist ein Kunstrasenplatz neben der Schuko Arena. Ja. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob hier Amina seid. Also die Herren sowieso nicht. Der Profi Sola sowieso nicht. Aber ich denke mal, dass die Jugend hier hinten wieder drauf ist. Aber BSV West, das ist der Amateursportclub, die spielen und trainieren auch immer. Übrigens, Getränke habe ich auch. Prost. 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 Bier, Bier, Bier. Bier, 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 Bier. Cola, Cola, Cola. Ich hoffe, jetzt gehen wir durch den richtigen Eingang rein. Das ist jetzt richtig, ja. Aber wir wurden auch nicht noch einmal gefragt, ne? Genau, wir wurden nicht kontrolliert. Schon merkwürdig. So, willkommen auf der Alm. Ja, jetzt müssen wir mal gegen selbst gehen. Das war es, unsere Plätze. Sind heute hier. Silat und Ijas sitzt hinter uns. Also nochmal zur Orientierung. Dort vorne sitzen dann die Ultras von Bielefeld. Und dort in der Ecke werden dann die Bär-Fans sein. Jetzt kommen hier die Bär-Spieler raus. Dann hier ausgeboot von den Bielefeldern. Bielefeld. 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 Ha, 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 ha! Oh, ha, ha, professor! Kollege, nach dem Spiel will ich ein Trikot von dir. Urbesorgnis. Leon Puccio! Michael Fetjana! Und Leon Rottermann! Noch noch die Welt, die Ostern herren. Alles und bitte, danke für Ihren Einsatz. Also man sieht, dort wo die Well-Fans sitzen, es wird immer mehr. Hätte ich echt nicht gedacht, dass so viele heute aus Well dabei sein werden. Ja, es ist ja halt auch um die Ecke, aber wenn noch hätte ich auch nicht gedacht, dass es so gut besucht wird, der Gästeblock. Aus Arminiastadion wird auch ein paar Zuschauer vertragen. Ja, du hast recht, du hast recht, aber ich habe gehört, heute werden ca. 22.000 da sein. Das ist auch so, der gute Durchschnitt. Moabulu! Ich will Trikofonis! Hahaha! Danke! Amilia! Amylia, Amylia, wir sind die besten Welt der Welt. Das ist gar nicht. Ob so uns nachher Städt und Brüder, Amylia, wir sind die besten Welt der Welt. Amylia, Amylia, wir sind die besten Welt. Ob so uns nachher Städt und Brüder, Amylia, Amylia, wir sind die besten Welt der Welt. Amylia, Amylia, wir sind die besten Welt der Welt. Einfach nur mega, mega. Du hast auch mitgemacht. Also, gleich geht es hier los. Mögel, der beste Gewinn, natürlich hoffen wir, dass Amylia gewinnt. So, jetzt noch ein Hinweis an euch, aber es ist unser Fußball, unser Fußball ist von seinem Wesen her. Das ist noch mal ein wichtiges Zeichen, kein Platz für Rassismus. Wir haben uns, 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 wir haben uns Ja! 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 3-0. Wir haben wieder viele Mann. Das Spiel hat gerade wahrgebracht. Die in der dritten Städte schüttt unter Nummer 4 Lui! Hopi! 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 2 3 0 Bitte! Ja und das ging ja ganz schnell hier. Das ist vor allem im Lümerfeld, das ist doch nie zu schnell. Das kennt ihr so nicht. Ja, das war der Blindstart von Arminia Bielefeld. Sie führen hier 1 zu 0. Nach der fünften Minute die Schiedsrichter hat auch Vorteil spielen lassen. Zuvor lag ein Arminia-Spiel auf dem Boden. Die Schiedsrichter hat ein weißer Spieler und somit führt Arminia 1 zu 0. Arminia Bielefeld! Arminia Bielefeld! Arminia Bielefeld! Hey! Also die ersten 15 Minuten wurden hier gespielt und ich muss sagen, Arminia mit einem stabilen Anfang. Rolf! Nach dem Spiel möchte ich von ihm das Trikot. Wo? Wer? Nummer 4 Nummer 14 Jahrhundert Jahrhundert Schiedsrichterin Не Mod Freund So kann es weitergehen! Schon wieder! Auf den Backen! Auf die! Auf die! Auf die! 2! 0! Bitte! Auf die! 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 Das war wohl nichts! Konter von Bern! Oh! 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 Mein Gott! Acht! Tadel Acht! Acht! Da oben! Oh! Acht! Was war das? Das war echt knapp! Vad he tut! Was labs! Was war das? Oh! Einmal war für eine Aus Anytime! Ich finde das aber total positiv, jede Attacke, die abgedeppt wird vor den Berl, wird hier gefeiert wie ein Tor. Und weiter, Jungs, weiter. Oh, ich möchte das Trikot von dem, der gerade das Wasser getrunken hat. Ja, hab ich jetzt notiert. Ja, hab ich jetzt notiert. Hey, weiter, weiter, hey, Katermann, hey, ja, man. Ja, hab ich jetzt notiert. Oh, was passiert hier gerade, la? Und sagst du mir nicht, dass das hier immer so... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Alter. Völlig verrückt, was hier abgeht. Wer hat die nächste rote Karte bekommen? Sie sind jetzt nur noch zu neunt. Ja, hey, yeah. Ja, hey, yeah, way. Und der 1.30. Und der 1.30. Und der 1.30. Bravo, der Buch! Bravo, der Buch! Bravo, der Buch! Bravo, der Buch! Aber dann hat er sich wieder geschlossen. Ja! Neun! Mit ihm sagt. Der, der ausgewechselt wurde, von wem? Jetzt kann ich den anrufen, jetzt ist es auch vorbei. Oh mein Gott, es geht weiter. Wir sind frei! Wir sind frei! Was war eine Kratkapustelle hier? Wir sind frei! Wir sind frei! Wir sind frei! Wir sind frei! Noch mal eine Info am Rande. Das war übrigens das letzte Spiel der Legende Fabian Klos. Wir sind frei! Wir sind frei! Wir sind frei! Weiß mein Unterzahler! Du hast den Eko voll der Nummer 14. Nummer 14. Okay. Reißer. Vielen Dank an euch alle für diesen wundervollen, verankerteutenden Abend heute. Wir brauchen die ganze Mannschaft. Ich denke euch wirklich, die ich jetzt hier schreibe auch nicht schön, wenn ich vorstelle. Ich bin der Mannschaft von Frust-Boranbohr und deswegen möchte ich, dass ihr euch alle zurück in der Mannschaft feiern und ich bin natürlich erstens den Pokal-Titel 2. Ich bin der Mannschaft von Frust-Boranbohr und deswegen möchte ich, dass ihr euch alle zurück in der Mannschaft feiern und ich bin natürlich erstens den Pokal-Titel 2. Ich bin der Mannschaft! Ich bin der Mannschaft! Ich bin der Mannschaft! Ich bin der Mannschaft von Frust-Boranbohr und ich bin der Mannschaft von Frust-Boranbohr. Gut! Die Pokal wurde getrobiert und ich blüht das Dino an. Ja, das erwarten wir gerade noch. WDR mediagroup GmbH Hey, kann ich deine Haare auf? Nach der Reihe! Ja, glaube ich. Prost! Foto, Foto! Entschuldigung! Du kannst auch hinterschreiben! Wier kommt alles, was einstellt! Lolo! Maschine! So, Juru. Prost! Prost! irgendwas müffelt hier mittlerweile sind wir schon wieder beim auto wir machen uns weg zum hauptbahnhof ja ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja vergesst nicht das video zu liken und für den algorithmus macht die kommentarbox hier voll und vergesst nicht den kanal zu abonnieren wir sehen es nächste woche wenn die u23 von hannover 96 gegen würzburg spielt und hoffentlich aussteigt ich bedanke mich noch mal persönlich bei uhr richtiger ehrenmann der hat uns heute richtig supportet und ich erwarte ihn auf jeden fall auch in hannover dankeschön an er hat drei namen wie ich nenne tabel tadeos momolo dankeschön für das tricot der wird einen ehrenplatz an der wand kriegen ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes wochenende bitte kommentiert dieses video voll wir sehen uns bis zum nächsten mal auf wiedersehen